Hat er geschossen? Das ist wunderbar. Sehr schön, auch noch direkt beides auf einmal kaputt gemacht. So. Quick save, dann können wir die da unten mal umlegen grad. Die wird uns jetzt töten? Ja. Hilfe! Hilfe! Die ist aber den richtigen Knopf betätigt. Wollen wir jetzt hier schon mal aufmachen? Das ist auf jeden Fall ein sehr umfangreiches Level. So, was war denn jetzt hier drüben? Wachen die auf, wenn wir reinschleichen? Ja. Hilfe! 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 Okay. Yes! Er hat ihn getroffen. Das ist ja... Der Wahnsinn! Jetzt muss ich mal gucken. Die kullert irgendwie immer so ein bisschen weg. Jetzt muss ich mal gucken. Durch die Guten hier. Hilfe! Hilfe! Jetzt ist nämlich nur noch einer da. Hilfe! Das ist sehr schön. Und einen brauche ich nämlich. Ich weiß, ich hätte jetzt gerade zwar das Risiko gehabt, dass ich alle aufwecke. Huch. Oh, wir haben ja einen Quick-Safe gemacht. Oder reicht das, wenn ich die auf dem Boden da lege? Reicht das? Ich weiß es nicht. Nee. Hilfe! 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 sehr schön. Das war nämlich den kleinen Wurm, den da unten. Eigentlich brauchen wir ja keine Hosen, aber wir machen es einfach mal. Würde ich sagen, weg damit, ne? Dann öffnen wir jetzt noch einen D. Und dann können wir eigentlich weitermachen. Ist ja schlimm, ist das. Hier sind natürlich noch Wujaken drin, deswegen möchte ich das noch gerne machen. Wir könnten jetzt auch einfach weitermachen, also weitergehen. Das sieht auch sehr einfach aus. Können wir grad mal rüber lünkern, was da so ist bei D? Drei Mujaken. Das gleiche wie vorhin, nur dass wir hier ein bisschen fixer sein müssen. Ach, er ist motzig. Oh, da können wir sogar, wenn wir den sagen, wenn wir den trösten. Ich glaub, der kann sogar Hebelchen ziehen. Aber es kann auch sein, dass der dann erschossen wird. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Weil es kann ja sein, dass der da oben erschossen wird. Der wird erschossen. Wir müssen nach rechts runter holen. Ja. Gut. Aber dann wissen wir schon mal Bescheid. Ich glaub, die schießen immer, wenn sie gespawnt werden. Übrigens hat auch jeder Screen seine eigene Nummer, die man auch einsehen kann. Da. BAB07C04 ist das hier. Können wir mal gleich gucken, was der andere ist. Oh, ich glaub, das wird... Ich weiß es nicht. Ich mach das lieber so. So, was sind wir hier? BAB15C04. Ist ne andere Nummer auf jeden Fall. So. Weiß nicht, ob das so geht. Okay, ähm... Ich sollte vielleicht nicht direkt reinrollen. Aber dann können wir den doch, glaub ich, ziehen lassen. Am Hebel. Riecht dich aber auf, du. Ne, 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 ne. Ach. Dann lass ich den mal ziehen. Wenn es denn geht. Aber ich meine schon, dass das geht, dass der am Hebel ziehen kann. Ringe kann er nicht bedienen, aber Hebel glaub ich schon. Ringe kann er nicht bedienen, aber Hebel glaub ich schon. Sehr schön. Obwohl die brauchen wir nicht zu heilen. Du musst dann einfach nur hier runterkommen. Du kannst auch von mir aus stehen bleiben, wenn du willst. Oh. 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 Oh, oh. 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 Da haben wir die letzten fünf. Das haben wir. Ich will jetzt nur noch mal kurz gucken, ob wir denn jetzt hier alles haben. Dann machen wir jetzt noch Block 4. Und das Level in der Mitte behalten wir uns dann mal fürs nächste Mal vor. Auch vor. So, vielleicht ist das sogar das Level, wo ich denke, dass es das ist, wo es sich aufhängt. Ne. Aber das ist ein Level, was auch sehr scheiße ist. Achtung. Erstens. Das Betreten des Trophäenzimmers ist vorschriftswidrig. Zweitens. Geisterfallen abzuklatschen ist vorschriftswidrig. Drittens. Mudakens zu befreien ist vorschriftswidrig. Viertens. Zuwiderhandel werden erschossen und bekommen keinen Ausgang. General Dripic. So. Das ist ein Scheiß-Level. Weil das hier echt alles mega abgetimed ist. Kommt und dreh dich rum. Scheiße. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da noch ein bisschen verweilen kann. Bei dem. Ich weiß nicht, wie sehr der sich jetzt, wie schnell der sich rumdreht. Aber das ist echt kacke. Ich hasse das. Da habe ich auch damals teilweise Stunden drin gesessen. Das war jetzt glückwürdig, würde ich sagen. Das war jetzt glückwürdig. Das ist zum Glück wirklich immer nur einer, der hier hinlatscht. Das war jetzt glückwürdig. Das war jetzt glückwürdig. Aieieiei. Normalerweise könnte ich ja jetzt den hier machen, ne? Eigentlich sollte ich das Unsichtbarkeitsding wieder zurückkriegen, ne? Ja. 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 Lasst mich schon mal gerade überlegen. Wie kriege ich denn das jetzt hin? Weil die übernehmen kann ich die nicht. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Ja, ja. Doch. Okay, der muss aus dem Bild raus. Dann laufe ich schnell bis zum Bildende. Und dann mache ich den Britzel. Wunderbar. Besser hätte es nicht laufen können. Ich mache erst mal den hier. Okay. So. Sechs Stück. Ja, zwei, 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 zwei. 141. 141. Hier ist nichts mehr. Das ging doch unkomplizierter, als ich gedacht habe. Ich dachte, das wäre schwieriger. Den haben wir noch mitgekriegt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den mit übertragen können ins nächste Level, falls noch was kommt hier nach.